hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi ja heute haben wir den 8 dezember türschirn nummer 8 und wir öffnen uns jetzt mal ist auf platz nummer 7 hier in der tabelle ok es ist schon mal gelb und gelb hat ja normalerweise nur eine mannschaft und wer kann das nun sein gelb schwarz es ist natürlich dortmund irgendwie mal aufbekommen hier irgendwie ich muss hier aufpassen dass wir die teile nicht irgendwo reinfallen ein teil noch so ich mache wie immer vier teile zusammen oder drei und dann kommt der zeitraffer so hier haben wir schon mal teil nummer eins so so teil nummer eins teil nummer zwei haben wir hier teil nummer drei wo haben wir teil teil nummer vier und die ersten vier teile sind zusammen jetzt kommt der zeitraffer so Untertitelung des ZDF, 2020 So, der Ball ist fertig, BVB-Logo ist komplett und ja, das war jetzt Türchen Nummer 8, Platz Nummer 7 mit Dortmund, finde ich natürlich nicht richtig, aber egal, ich mache das ja noch, habe ich ja angekündigt. Und ja, morgen kommt Türchen Nummer 9, wenn ihr es schon seht, dann seid ihr gut. Bis morgen und ciao.